Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skyline. So, da fahren die Straßenbahnen alle raus zu den neuen Linien, die wir gemacht haben. So, jetzt will ich mich mal nicht mit Linien beschäftigen. Macht einen fertig. So, ich brauch unbedingt Gewerbegebiet jetzt. Da ist die Feuerwehr. Ja, ist schon wieder alles am Brennen. Ähm, naja, egal. Ähm. Krieg ich die weg? So. Wenn ich hier noch... Was haben wir denn hier? Hier noch Gewerbegebiet machen. Straßenbahnen hier. Ist das zu groß? Ich weiß nicht. Nein. Alles wird gut. Ähm. Gut, fangen wir da an. Gut. Ja, ich baue ein bisschen mehr. Besser sehen. Warte mal, ich kann ja schon gleich zwei Gebiete machen. Warte mal, ich kann ja jetzt verschwinden. Aber egal. Ich bin jetzt ein bisschen zu groß, oder? Egal. Das kann ja erstmal bleiben. Nein, das. Nein, das, das. Nein, das, das. Hier. So. Da kommt hier noch ein bisschen was hin. Äh, das sieht schief aus, oder? Ja, das Licht an der Anhöhe nur. Egal. So, äh, wie voll sind denn die? Zwischenstraßen. Brauche ich da mit? Wollen wir da nur Pause hin. Ähm. So voll sind die Straßen. Ach, das ist ja scheiße. Na ja, egal. Ich brauche die großen Länge hin. Das ist doch schief. Das können wir mir doch nicht erzählen. Egal. So. 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 jetzt müssen wir genug Gewerbegebiet haben. Auf jeden Fall. So. 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 Frachtumschlagsplatz. Ach, das ist ein Güterzug. Wobei, hier fährt er jetzt doch. Könnte ich das ja praktisch gesehen? Ich baue da mal was hin. Und normalen Hafen. So, warte mal. Nein. Was ist das hier überhaupt? Fähre, Fähre, Fähre. Fähre und Busknoten? Fähre will ich jetzt nicht haben. Was ich jetzt brauche, ist... Hast du echt nur die kleine Straße? Ich hoffe, ich kann die ausbessern. Ach, natürlich nicht. Das ist doch blöd. Da komme ich natürlich nicht rüber. Warte mal. So, da muss ich die Schiene ransetzen. Warte mal. Die Schiene da ran. Kann ich denn... Muss gucken, ob der hier passt. Weil die Schiene soll dann hier unterirdisch? Kann eigentlich da angeschlossen werden? So mache ich das doch. Warte mal. Hoppala. Mal mit dem Zug hier. Ne, warte mal. Mal erstmal die Straße fähig. Kurz mal schon mehr. Wie kann ich denn da hin? Die Straße wieder weg. Ich wollte mich eigentlich nicht damit beschäftigen diesmal, aber... Bleibt leider nicht aus. Mensch. Oh. Internationaler Flughafen. Ab wann kriegen wir denn die Monumente? Haben wir die jetzt? Moment. Moment. Ich meine... ... die... 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 ... das... ... was brauche ich denn dafür? Steuerbeh... Oh. Steuerbehörde. Natürlich brauche ich das. Im Wunder, dass ich kein Geld einnehmen hier. da soll er denn eine erde verschwinden hat er muss ja erst mal wieder hoch was ist da und warte mal wenn er da hin will nicht auch nicht so das ist schon mal gut ja hier gerne eine große straße ich lasse das mal so groß platz vielleicht kann ich hier noch einen flughafen zwischen setzen klappt das also wundert mich das da will ich nicht daran so das geht so lasse ich das erstmal müssen sie halt da drehen und können zurück so das haben wir das haben wir das haben wir strom und wasser dann kriegst du doch strom und wasser das 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 voller marsch der welt ist das richtig kack ist kreuz hier da da reicht der strom ist es läuft es läuft müssten noch ein bus und alles müssten jeder noch fahren aber es passt schiff besuchen verlassen hier gibt es kein verlassen abweißen keine ab jetzt ist die frage ist er jetzt so großer ansturm oder nicht was ich hier mal machen kann ist du sieh ne Buszeug habe ist ne Taxidepo na ach ne quatsch doch doch was schon können die da jetzt mit dem Taxi fahren oder kauf ich umsonst das ganze Taxidee ne von denen hin ja ihr sollt hier warten bis die Leute kommen und hier baue ich den Flughafen hin irgendwann später wie groß ist denn der ach du scheiße dachte ich gar nicht hier hinsetzen gefälle zu steil äh ich verarsche aber bin ich fertig hier jetzt hier kann so ein kleiner der passt da nicht rein oder was alles zu steil können die hier richtig landen oder was ist da los naja muss ich gucken muss ich hier mal mit diesen Toolern schlatt machen erstmal Müll 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 Müllberge von wegen gerade erst aufgemacht das reicht dreht man nicht durch muss mal hier noch rum ja da kommt doch schon hier Müllabfuhr hier das räumt man nicht rum die ganzen Züge durch ne und hier kommen sie dann raus oha jetzt ist hier auch noch Stau da fahren die jetzt da lang die boah alter Taxen ne ganze Taxen hier die Frage ist ob das jetzt lohnt für die Elkewiese also ob die da jetzt hinfahren mein Schiff ist ja da oder dauert das bis sie das registrieren schon das nächste Schiff kommen hier keine Schiffe ja kommen doch nochmal Schiffe hier hier Taxen sind keine mehr auf die Arschkarte wie lacht mach ich denn eine Buslinie hä oh ich wollte schon sagen Müllabend Müllwagen so gut ich lass das erstmal so ein bisschen laufen ich mal gucken ob die Elkewiese hierher fahren ob das so ob das so hä hä und die denn her sind jetzt mit den Züge gekommen oder wie die geben nur Fracht ab da sehr merkwürdig ich würd ja gern noch hier rüber weil sonst wird es hier nämlich wieder Knülle Das hier nochmal rüber, was? Das mach ich doch jetzt. Und zwar Straßenbahn. Äh, ach Quatsch. Ne. Ah, das sieht an. Das ist ja voll die ätzende Kreuze. Hier, ja. Da rüber. So. Und das war mir sowas für klar. Na, sollen wir wieder Strom kriegen hier. Kann ja nicht so sagen. So. Tut mir leid, aber das muss ich mal ein bisschen beobachten hier. Also die LKWs sind, äh, die Fahrzeuge sind da drauf. Ach so. Die geben nur ihr Fracht ab und das wird dann weg. Irgendwohin. Außen Augen. Außen Sinn. So. Ach du Scheiße. Welche Bahn steigt die denn noch durch? Na ja. Gut, dann mach ich noch Straßenbahnlinien. Buslinien brauchen wir auf jeden Fall. Ich hab so leicht Halsschmerzen. Das ist nervig. Ey, die wollten ein Gewerbegebiet, ne? Guck, der ist ja ein Witz hier. Nix. Diese Schweine, die... So, äh, was ich mal gucken wollte. Ne, da wollte ich nicht gucken. Aber... Was nehmen wir denn da jetzt? Guck, der kann man mal. Die Frage ist... Kriegen wir überhaupt noch... mehr frei? Ich hoffe. Das sieht ja ein bisschen komisch aus, die Stadt. Alter, alt. Kommt Schiffe ohne Ende, ne? Naja. Wow. Ja, teilen sich hier wenigstens so einigermaßen auf. Das ist schon mal gut. Das wollte ich nämlich wissen. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich will immer so bei 20 Minuten folgen bleiben. Das ist immer schwer einzuhalten. Aber... Ich muss so gucken. So 20, 25 Minuten folgen. Ich finde sonst, mehr ist zu lang. Deswegen... muss ich mal dran denken, das einzuhalten. Und ich habe ja noch einige andere Projekte, die ich, ähm... ein bisschen regeln muss. Aber es sollte... Ich glaube, komplett Tsunami. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn der Tsunami da ist, wahrscheinlich. Weil der zieht ja erst das Wasser weg. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.